Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, bei dem wir heute mal über euren Wunsch reden, denn ich habe euch ja gefragt gehabt in einem der letzten Videos, ob ich mal ein Video zu meinen Prequel Ideen zu Attack on Titan machen soll. Und deswegen sind wir heute hier und reden über Attack on Titan, der große Titanen Krieg, so nenne ich das Ganze einfach mal, nämlich dem wahrscheinlichsten Prequel, was ich bei Attack on Titan sehe oder anders gesagt auch noch dem wohl wichtigsten Prequel, was wir bräuchten, was mir sehr gefallen würde, wo wir sehr viel Hintergrund kriegen und eine echt spannende Story erzählt bekommen können. Und das Ganze hier könnt ihr euch auch einfach so reinziehen, denn das wird nicht spoilern, wenn ihr bisher alles im Anime geschaut habt, was es von Attack on Titan gab. Ja Leute, wie stelle ich mir denn eigentlich diese Vorgeschichte, dieses Prequel bei Attack on Titan vor? Ja, oft wurde das Ganze ja in der Hauptstory schon angeteast, also es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, nichts, was ich mir komplett aus den Haaren ziehe, sondern der große Titanen Krieg wurde erstmal schon in Staffel 3 angesprochen und wurde dann später auch in Staffel 4 vertieft, wo wir dann von Willi Tyber nochmal detaillierter gehört haben, was damals denn so geschehen sein sollen. Ihr werdet euch daran erinnern, die Tyber-Familie, die sich mit der Fritz-Familie zusammengetan hat und die so letzten Endes das Eldia-Imperium ins absolute Chaos gestürzt haben. Das Ganze wurde uns angeteast und so haben wir hier schon mal eine gewisse Grundbasis gelegt, worauf diese Story sich beziehen könnte. Damals gab es ja, wie ich auch schon in anderen Videos erklärt habe, mehrere Eldia-Clans bzw. Familien, je nachdem, was man schaue, wie man schaut, ob man das Familien nennt oder Clans. Letzten Endes ist es ja sehr, sehr ähnlich und hierbei ist nicht bekannt, wie viele Familien oder Clans das letzten Endes gewesen sind. Wir kennen hier nur 2 zu 100% und das sind zum einen der Fritz-Clan und zum anderen der Tyber-Clan. Wir können in diesem Prequel wirklich ganz interessante Sachen gezeigt bekommen, zum Beispiel die Situation der Menschen kann hier gezeigt werden, denn wir wissen ja, dass die Eldia die größte Macht auf der Welt gewesen sind und sich im Prinzip keine Nation gegen sie stellen konnte. Sie ja alles erobert haben und so ist es doch sicherlich ganz interessant zu sehen, wie sich die Eldia selbst vernichtet haben, denn das ist das Einzige, was sie zum Untergang hätte bringen können. Ja, wir wissen natürlich am Ende, wo dieses Prequel hinlaufen würde, was das Finale wäre, was am Ende passieren würde, dass natürlich die Eldia-Clans runtergehen, dass die Tyber-Familie Alpharet und die Fritz-Familie bzw. der König Fritz letzten Endes auf die Paradiesinsel geht. Das wissen wir alles, Leute. Wir wissen also, wie es ausgeht, aber der Weg dahin ist das, was hier interessant wird. Ich stelle mir hier vor, wie wir die anderen Clans oder die anderen Mitglieder dieser Clans vorgestellt bekommen können und auch einen dieser Mitglieder als Hauptcharakter mit einer Titanenkraft bekommen können. Hierbei würde es mich aber freuen, wenn es nicht der Warhammer-Titan ist oder auch nicht der Fauni-Titan und auch nicht der Attack-Titan. Ich würde gerne mal den anderen Titan hier so ein gewisses Spotlight geben. Der Warhammer-Titan, den möchte ich aus einem gewissen Grund nicht als Protagonist haben, weil wir dann die Geschichte ja sehen würden aus der Perspektive des Verräters, sage ich jetzt mal so. Ähnlich verhält es sich auch beim Fauni-Titan. Und der Attack-Titan, ja, den haben wir schon die ganze Geschichte, die ganze Hauptgeschichte über als Protagonist gehabt. Sicherlich interessant zu sehen, was da aus dem geworden ist, aber ich plädiere hier eher so zum gepanzerten Titan oder zum Biest-Titan. Ach, eigentlich bin ich offen für jede Titanenkraft als Protagonist. Interessant wäre hier besonders eine freundschaftliche Beziehung der Clan-Mitglieder, der jüngeren Clan-Mitglieder untereinander, wobei hier auch das Mitglied des Tyber-Clans, ja, eine Rolle spielen kann und hier vielleicht auch erst eine freundschaftliche Beziehung mit anderen hat, vielleicht aus der Kindheit, aus der Jugend und er sich so letzten Endes aber trotzdem als Verräter herausstellt und er vielleicht sogar noch versuchen könnte, die anderen Clans umzustimmen und denen zu sagen, hey, komm, wir sind doch Freunde, wir können was ändern, wir müssen diese Welt ändern. Da kann man eine super tiefe Story mit reinbauen, tiefe Charakterentwicklungen oder Charakterphasen mit einbauen, die das Ganze viel, viel interessanter machen. Aber die Hauptfrage, die sich jetzt sicherlich einige auch von euch stellen, ist, aber Kev, das klingt zwar alles schön und gut, aber sag doch mal, wofür brauchen wir eigentlich ein Prequel? Die Geschichte ist vorbei, wir wissen, worauf es hinausläuft. Wozu sollten wir so eine Vorgeschichte zum 100-jährigen Titanenkrieg brauchen? Und das sage ich euch Leute, denn ich finde, dafür gibt es einige triftige Gründe. Als allererstes finde ich, dass diese interessante Phase, die wir in der Geschichte von Attack on Titan gehabt haben, die Phase des großen Titanenkriegs, die wurde viel zu wenig beleuchtet in der Geschichte von Attack on Titan. Die wurde so wenig beleuchtet und trotzdem hat sie so oft Relevanz gefunden, und trotzdem wurde sie so oft angesprochen und so oft wurde darüber geredet. Aber gesehen dazu haben wir außer von irgendwelchen Karikaturen nichts zu dieser Zeit. Somit finde ich, dass gerade aufgrund der Besonderheit dieser Zeit und auch des Wandels, der ja durch dieses Geschehen, durch den großen Titanenkrieg passiert ist, finde ich, dass wir da noch genaueres sehen könnten, beziehungsweise sogar müssen. Das war ja auch eine Hoffnung, während der Attack on Titan Manga noch lief, dass sehr, sehr viele immer gehofft haben, dass wir zum großen Titanenkrieg noch Hintergrund bekommen, noch Geschichten gezeigt bekommen. Das ist alles etwas gewesen, was über Jahre hinweg in der Fangemeinschaft ein großer Wunsch war, wo Leute eben den Hintergrund hierzu sehen wollen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, die ich hier gerne anbringen würde. Auch charakterlich könnte es sehr groß Aufschluss geben, weshalb beispielsweise König Karl Fritz und auch das Mitglied der Taiba-Familie ihr eigenes Volk verraten haben. Ja, wir haben da so oberflächliche Dinge gehört. Wir haben da so Dinge gehört, wie, ja, die Überlegenheit der Eldia und wie die Eldia mit anderen Völkern umgegangen sind. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Aber ich würde gerne charakterlich etwas sehen. Ich würde gerne sehen, wie waren diese Charaktere? Wie war König Karl Fritz und wie war das Mitglied der Taiba-Familie? Was hat diese beiden eigentlich privilegierten Menschen dazu gebracht, sich dann letzten Endes doch gegen ihre eigenen Privilegien, gut, das ist vielleicht nicht zu 100% akkurat, weil die haben ja trotzdem noch sehr, sehr geil gelebt danach, aber gegen ihr eigenes Volk dann auch letzten Endes zu stellen und das ganze System umzuwerfen. Ein System, was ja eigentlich zu ihren Gunsten gewesen ist. Und was hat sie vielleicht auch dazu gebracht, letzten Endes dafür zu sorgen, dass ihre Freunde, ihre Kameraden sich gegenseitig umgebracht haben? Das ist ebenfalls eine sehr interessante Komponente. Wir könnten letzten Endes auch eine Antwort darauf bekommen, wie der Attack-Titan letzten Endes eben nicht in die Hände der Marley gefallen ist. Denn wir wissen es ja heute, der Attack-Titan ist der einzige Titan, die einzige Titanenkraft, die nach dem großen Titanenkrieg weg gewesen ist. Die dann keiner mehr wusste, wo ist die überhaupt, die undercover geblieben ist. Dass man vielleicht so ein paar kleine Szenen oder so einbaut, wo man dann sieht, hey, da und da ist der hingeflohen, und so ist der dem Ganzen entkommen. Das ist ebenfalls richtig viel Potenzial. Das muss gar nicht viel sein, hier was gezeigt wird, aber das könnte so dem ganzen Fundament des Attack-Titan-Nutzers und des Themas Freiheit nochmal ein bisschen mehr Kraft verleihen. Fände ich auf jeden Fall super interessant, wenn wir das gezeigt bekommen können. Wir haben natürlich auch noch die Figur des Helos, ja, des großen Helden von Marley. Wer ist Helos gewesen? Gab es ihn wirklich? Ist es nur eine instrumentalisierte Figur, die damals erschaffen wurde? Auch das könnte hier nochmal mehr Fundament bekommen und wäre ebenfalls eine interessante Sache, dass wir vielleicht auch von der Marley-Seite hier ein paar Sachen gezeigt bekommen und vielleicht gab es diesen Typen, diesen Helos, ja wirklich. Und das wäre doch auch interessant zu erfahren. Letztlich bekommen wir hier auch gezeigt, wie das Eldia-Imperium zu seiner Hochzeit, seiner Macht aussah und würden so auch nochmal verdeutlicht bekommen, weshalb die anderen Menschen auf der Welt so viel Angst und auch so viel Hass gegenüber den Eldian erbracht haben. Selbst Generationen später, wir haben es ja alles in Final Season gesehen mit Gabi und Co., dass die Menschen wirklich nachhaltig geprägt wurden durch dessen, was die Eldia damals gemacht haben. Das könnte auch sehr, sehr interessant sein, weil es vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr die Basis, das Fundament gießt, was die Charaktere angeht, die wir in Final Season gesehen haben, was das Leben der Eldia, der Marley und all den anderen Völkern angeht, wie die zueinander gestanden haben. So hätten wir dann nochmal ein bisschen das Ganze gefestigt da und hätten nicht immer nur diese Erzählung, ach ja, das und das ist passiert und deswegen hassen wir die. Ich finde, das wäre eine richtig, richtig starke Sache und da würde ich mich super drüber freuen. In diesem Sinne sprechen für mich sehr, sehr viele Sachen für ein solches Prequel und eigentlich fast gar keine Sachen gegen ein solches Prequel. Es muss auch nicht mal unbedingt von Hajime Isayama gezeichnet sein. Ihr kennt es, bei Boruto ist es zum Beispiel auch so oder bei Dragon Ball super ist es auch so. Da ist quasi der Hauptautor des Uhrwerks nur der Supervisor, der vielleicht ein bisschen Story dazu gibt und ein bisschen sagt, hey, mach das mal lieber so und so und da gibt es andere Zeichner, die das Ganze übernehmen. So würde ich mir das Ganze auch bei Attack on Titan vorstellen und es muss nicht unbedingt dieses Jahr passieren, auch nicht nächstes Jahr, aber für die Zukunft wäre das genau eine der Vorgeschichten, das Prequel, was kommen muss, damit es der Geschichte noch mal mehr Fundament verleiht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn das gut aufgebaut ist, dass hier viele Fans wirklich auch das Prequel lieben können und sagen können, das ist so geil gemacht, das gibt noch mal so Hintergrund, das verstärkt noch mal so die Hauptstory von Attack on Titan, dass man darauf nicht mehr verzichten möchte. Aber jetzt könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr dazu steht. Was sagt ihr zu so einer Art Prequel und zu den Sachen, die ich hier gesagt habe? Was wären da auch eure Ideen in diesem Kontext jetzt? Ihr habt ja schon viele Ideen unter einem meiner letzten Videos geschrieben, aber gerade aufgrund dessen, was ich hier gerade erzählt habe, wie würdet ihr das finden und würdet ihr vielleicht andere Sachen highlighten? Würdet ihr vielleicht doch eher das Spotlight vom Hauptcharakter auf den Tyber legen oder von der Fritz-Familie? All das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentarsektion schreiben. Ich finde, dieses Prequel ist das, was ich haben möchte, wo ich so Bock drauf hätte, wo ich unbedingt sehen möchte, dass das geschieht, dass wir da mehr Hintergrund bekommen. Eure Meinung dazu jetzt unten in die Kommentarsektion. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde es mich mir immer freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Däumchen nach oben bewertet und auch kostenlos abonniert, falls ihr es nicht schon getan haben solltet. Meine Sozialmedien kennt ihr, Twitter, Instagram, Discord, Twitch, alle unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend und sage Ciao und Tschüss.